Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und heute spiele ich zusammen mit dem Gian eine Runde Flex Queue. Ich habe mich für Jinx als ADC entschieden und der Gian spielt Malfight auf der Top Lane und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Was hast du denn gespielt? Solo Queue oder Flex? Solo war das. Da waren 2x2 Premates drin. Naja klar, aber das sagt ja nichts. Kannst du ja im Flex auch kriegen. Ich weiß, aber im Flex ist die Wahrscheinlichkeit höher. Für 2x2er ist es ungefähr gleich, würde ich sagen. Komm so, weiß ich nicht. Ne, wir haben Dings vor. Da hast du ab und zu mal ein Duo. Ein Duo halt. Aber das 2x2 und alle in einem Team sind. Das andere Team hatte gar keine. Wollen wir auch noch so... Wollen wir auch noch so äh... Bob und... Mitt... Und Bot und äh... Jungle waren es. Also... AD Carry und Jungle. Sogar noch so Rollen die zueinander passen so richtig krass. Hmhm. Hmhm. Oh. Letzte Worte? Nein, stirb einfach. Ja. 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 Schei. Ah, Kursi. Okay, come on. Oh, oh, aufpassen. Ah, ich bin zu weit vorgetraut. Ah, ich bin zu weit. 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 Okay, mein Freund. Ja. Ah. Naja, gut. Spielt sehr merkwürdig der Bart, aber meinen habe ich da durch den Kill gekriegt. Und 20 Farmen vorm Gin. Ist gut. Ram die Farmmaschine, merkst du es? Ja, es ist halt, weil mein Internet wieder läuft. Jetzt kann ich auch ein bisschen vernünftig farmen. Was macht er denn schon wieder? Ach, der sammelt seine Meeps ein, wa? Ja, ja, klar. Der braucht noch ein paar Damage. Bin ich Banane? Ja, natürlich. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich dachte eben, wo rennt denn der die ganze Zeit rum? Vor allem die Meeps, Damage und XP. Selbst der Solo auf der Lange gibt XP mehr. Ja. Er kriegt aus dem Jungle, aus den Meeps welche. Das ist ziemlich strong eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Weil du halt auch einen Erfahrungsbonus hast. Na klar, ich muss halt nur safe farmen. Ja. Oh, wir haben die beiden schon wieder gut zurückgepokt. Also läuft echt gut. Wow. Nein. Ich habe meine Ult gefällt. Deswegen habe ich so Nein gesagt. Hyper Carry in das Haus. Ja, bei uns läuft auch ganz gut. Ja, vor allem, Jan, du hast mal keine feedende Wattlane, ey. Du, keine feedende Toplane? Naja, ein Tod habe ich. Ja, gut, aber du spielst ja immer Toplane, ne? Ja, okay, das stimmt. Naja, dafür ist der Jungle halt. Mäh. Der nimmt zwar jetzt alle Kills und ich hoffe, der bringt dann euch da noch durch Ahead. Weil mir lässt er sie nicht. Wir sind Ahead. Aber richtig. Wow. Ich hoffe, das bleibt immer jetzt auch. Ja. Bleiben wir. Okay. Boatlane steht jetzt 5-1, mein Lieber. Der Tower liegt fast. Ich werde den Train so hart. Ich werde immer seine Ult raus und laufe einfach raus. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin verrückt. Ich habe mal einen Test. Ich habe mal einen Test. lerini bringen. Ja. Also. Erster. Ja. Oh, da hat er mich getroffen. Hey. Warum hab ich Agro vom Drake? Keine Minion. Oh. Nochmal recoillen. Ich hab auch einen schönen Backport. Guck mal. Jetzt Recall Animation. Jo. Alles 10. Ja. Sie spawnt da halt so ein komisches Ding um sich rum. Achso, wollen wir Lanes tauschen oder willst du da bleiben? Da bleiben. Ich hab eigentlich Gute schon. Okay, dann machen wir jetzt mal richtig Pressure auf den Drake. Was wollte ich sagen? Ach ja, er schafft so. Oh, mach ich erst mal. Alles gegotscht. Ja, mein Bart ist jetzt auch bei dir. Ja, aber ich hab das hinten. Nö, glaub ich nicht. Oh, wie L ist das da? Alle da! Der Jinn ist immer noch hier. Neiin! Oh, das hat mir nicht viel versorgt. Nein. Oh, keiner mehr da. Dein Team hat einen Turm zerstört. Rats Auto Attack ausgeholt mit der W von Melfeld und ich mag's dir jetzt. Ja, zweit ist. Eben oder so. Und dann kam die Ult an. Mhm. So, und Main Jungler hat erstmal ein Break gemacht, ne? lambda entspricht. Ne? Ja! Ja! Wann ist das so schön? Ich bin die Leute, wenn ich's schlüpt. Ah, das ist so schön. Guck mal, danke. Guck mal, danke. Da ist so schön. Das ist so schön. Und dann ist das so schön. Ich hab's genau dazwischen geholt Nein Deine Seele war für mich Oh, ich hätte hier auch gekriegt Ich hab mich verschluckt und hab versucht nicht so ans Mikro zu brüllen damit Deswegen kam das so komisch rüber Gibt's so was leckeres bei dir oder gab's Kaffee Oh, Kaffee ist geil Kennst du von Bad Spencer, oder? Der ist so geil Da ersäufst du am eigenen Mundwasser Ach ja Timing Der ist so geil Der ist so geil Der ist so geil No, bleibt schön stehen. Gibt zwar auch nicht viel Rüstung, aber ist egal. Gar kein Punkt zur Rüstung. Ich geh mal Toplane hoch. Oh, Puffy lebt noch. Komm zu Rami. Da, Ult. Ich hab keine. Schade. Schade. Wer hat noch richtig gut getroffen? Aber kein Mana und keine Ult. Gut. Ich hab Glück gehabt, dass er noch Passive hatte. Ja. Ich hab jetzt mein einziges Armor-Item fertig, was ich mir kaufen will. Oh, und der sagt einziges. Finde ich das geil. Der ist richtig. Ja, klar. Deswegen ja. Mein Bruder regt mich immer voll auf, wenn er einziges das sagt. Oh, dass es nicht gibt, aber trotzdem benutzt wird. Ja, ja, aber voll oft. Ja. Aber ich könnte immer voll ausrasten dabei. Mach ich überhaupt nicht. Oh, genau wie mein einer Kumpel, der hat mich immer korrigiert. Wenn ich es falsch gesagt habe. Es ist ja immer etwas größer als was anderes, aber genauso groß wie etwas, ne? Ja, ja. So kann man sich das ja leicht merken. Und da hat der Arsch mich immer korrigiert, ne? Und dann hab ich immer gesagt, als wie. Als wie. N.P. Lee, hab ich gern gemacht. Bist du den Arsch gerettet? Dem besten. Bist du schnell frei. Da sehe ich aber viele Kills rumlaufen. Mhm. Ist nur so ein blunder Power noch im Weg. Ja. Keine. Kompyatja. Ja, das war wirklich close und ich hoffe, das Game hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich wählen, mal über einen Daumen nach oben einen netten Kommentar oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch ein Abo, sehr freuen in diesem Sinne, bis zum nächsten Game euer Ram